Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLabs und heute sprechen wir über ein Thema, über das keiner sprechen will. Und das ist MIDI und zwar mit dem M-Audio Oxygen Pro. Egal ob das jetzt das 25er, das 49er oder das 61er ist, die sind da alle gleich. Und wahrscheinlich ging das vielen von euch schon so, dass ihr hier mal geschaut habt. Ihr wollt euer Keyboard einbinden, zum Beispiel hier bei Reaper. Und da seht ihr so, okay, hier MIDI Inputs, ja, was ist da? Da haben wir hier MIDI in 2, da haben wir MIDI in 3, da haben wir MIDI in 4. Alles Oxygen Pro 61 bei mir, ja. Und dann nochmal das Oxygen Pro 61. Super. So, schalte ich die jetzt alle ein oder was oder wie? Ich meine, ihr seht, ich habe ein bisschen unterschiedlich das hier eingestellt. Also das heißt, diese Frage hat sich schon beantwortet. Man schaltet nicht alles ein. Und das Gleiche hast du aber auch wieder bei den Outputs. Ja, da hast du also hier MIDI Out 2, MIDI Out 3, MIDI Out 4 und Oxygen Pro 61. So, und das, da werden die meisten in so ein bisschen, hm, ja, was mache ich denn nun? Also am liebsten möchte man gerne nur dort ein Gerät stehen haben und dann sagen, jawohl, das soll das kontrollieren oder so. Aber das ist hier ein bisschen komplizierter und das hat auch seine Gründe. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und zwar, wenn ihr ins Handbuch schaut, also keine Sorge, ich habe das ein bisschen übersetzt, das Ganze. Wenn ihr ins Handbuch auf Seite 109, 110 schaut, dann seht ihr, dass es hier so eine Übersicht gibt. Und die habe ich auch sehr, sehr lange übersehen und deshalb habe ich auch vieles eher auf der Basis von Vermutungen gemacht. Und mittlerweile weiß ich jetzt, was dahinter steckt, weil ich das gelesen habe und habe dann mal folgende Übersicht hier gemacht. Ich weiß nicht, ist das gut zu sehen? Ich kann es ein bisschen mehr zu mir in die Mitte bringen. So, also, ihr wisst ja, dass ihr auf eurem Keyboard, dem M-Audio Oxygen Pro, habt ihr ja zwei Modi. Ihr habt den DAW-Modus und den Preset-Modus. So, und das ist von dem Thema MIDI schon mal sehr unterschiedlich, interessanterweise. Und zwar gibt es dafür verschiedene Kontrollen, die ihr ansprechen könnt. Also, ihr habt hier im DAW-Modus die Schieberegler, Drehknöpfe, Transportkontrollen, also Start, Stopp, Aufnahme und sowas. Dann habt ihr diese ganzen Knöpfe, was ihr einstellen könnt, also um den Track scharf zu schalten, Rack, Select oder überhaupt einen Track auszuwählen, dafür ist Select da. Oder Mute, also den Stumm zu schalten oder Solo, einen Track auf Solo zu schalten. Das ist also quasi in diesem DAW-Modus enthalten. Und dann gibt es Pads, eingeschränkt, müssen wir drüber sprechen, kommen wir aber gleich zu. Und die Pad-Shortcuts via Shift-Pad. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals benutzt habt, aber ihr habt ja die Möglichkeit zum Beispiel einzustellen, was eure Drehregler tatsächlich kontrollieren. Also, ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, die Standardeinstellung ist ja das Panning, also Balance rechts oder links. Aber ihr könnt auch die, zum Beispiel einstellen, dass diese Drehregler die Sense kontrollieren. Also das, was quasi an einen anderen Kanal weitergeschickt wird von deinem Instrument, deinem VST, um zum Beispiel eine Heilfahne zu erzeugen und solche Sachen. So, und das kann man dann hier schon mal mit dem Shift-Pad machen, beziehungsweise du kannst auch direkt dein DAW steuern in der Form, dass du zum Beispiel einen Shortcut ansprichst für Upsafen. Was war das Nächste? Quantisieren, genau. Und dann war da noch was mit rückgängig machen. Das Vierte habe ich jetzt gerade vergessen, aber ihr könnt es auf eurem Keyboard lesen. Genau, da gibt es einen sogenannten View. Das ist natürlich abhängig von deinem DAW. Was da tatsächlich von deiner DAW, was du da eingestellt hast, oder was sozusagen die Idee für View ist, also dass man sich irgendetwas anschauen, genauer anschauen kann oder sowas. Also das sind Dinge, wobei ich auch sage, dieser View-Button ist wirklich der überflüssigste. Denn wenn du das auf dein Keyboard, dein Medi-Keyboard einstellst, dann kannst du das natürlich auch sehr gut hier am Bildschirm machen, wenn du sowieso am Bildschirm setzt. Wozu willst du es an dem Keyboard haben? Ich meine, diese Funktionen sind ja alle dazu da, dass du weit weg von deinem Bildschirm bist im Regelfall oder jedenfalls nicht zur Maus greifen möchtest und sowas. Na ja gut, also das sind also diese Dinge mit diesem Shift-Pad. Da habt ihr also die Möglichkeit, erstmal die fertig eingestellten Funktionen und Shortcuts hier zu nutzen, beziehungsweise ihr könnt sogar, und da kommen wir später noch zu, ihr könnt selber welche definieren und dann Dinge in eurer DAW auslösen. Keine Ahnung, was ihr da machen wollt, aber es gibt ja immer so Sachen. So, und dann gibt es eben den Preset-Modus. Im DAW-Modus wirst du eine Sache vermissen. Und das sind die tatsächlichen Keys, also deine Tastatur. Die sind gar nicht dort, also hier jedenfalls nicht. Und zwar sind die im Preset-Modus, was auch interessant ist. Und was du dann auch siehst, da sind ja nochmal Schieberegler und nochmal Drehknöpfe. Und beides sind für spezielle Anwendungen. Aber das hängt eigentlich davon ab, was du einstellst in deinen Profilen für deine DAW, hier im DAW-Modus oder, ja, beziehungsweise dann im Preset-Modus. Im Falle von Ableton Live kannst du hier von dem, was da fest eingestellt ist, im Ableton Live-DAW-Modus hier abweichende Einstellungen vornehmen, die dann aber auch noch da sind, wenn du wieder in DAW-Modus zurückschaltest. Sehr spannende Geschichte. Werde ich oft gefragt, wie kann man da eigene Sachen definieren in Ableton Live, wenn man die Sachen nicht haben möchte, die automatisch eingestellt sind. Ja, geh erst in den Preset-Modus, stell das ein, über diesen MIDI-Learn-Modus und dann gehst du wieder zurück in den DAW-Modus und es ist auch dort vorhanden. Spannende Geschichte. So, und jetzt siehst du, dass es bei den MIDI-Inports, der DAW-Modus ist also quasi hier MIDI in 3 und der Preset-Modus ist Oxygen Pro, also für den Input-Port und hier der Output-Port MIDI-Out 3 und Leute, ich habe das immer wieder gelesen, ich weiß nicht warum und ich kann es auch nicht definieren, warum nicht, aber wenn du den Anweisungen folgst von M-Audio für verschiedene DAWs und ich habe ja nun eine ganze Anzahl von DAWs, dann ist es immer so, dass die sagen, ja, MIDI-Out sollst du nicht zuweisen für den 3er. Ja, warum haben sie ihn dann überhaupt definiert, warum gibt es ihn dann überhaupt, ist die Frage. Deshalb habe ich hier geschrieben, wird nicht empfohlen, Fragezeichen, ja. So, und ja, Oxygen Pro hier für den Preset-Modus, da solltest du es auf jeden Fall einstellen, ansonsten hast du ein paar Probleme. So, und dieser DAW-Modus, ja, der wird normalerweise, ich sage jetzt normalerweise, weil es ist natürlich so, du kannst es eigentlich einstellen, ja, du kannst es eigentlich einstellen, aber üblicherweise, wenn du durch diese verschiedenen Profile für die DAWs durchgehst, steht da, sind die alle, also die meisten davon sind Mackey, und dann, das ist auf dem PC, also Mackey Control und auf dem Mac offensichtlich Mackey-HUI, keine Ahnung, was das heißt, ja, aber das ist dann sozusagen auf dem Mac dann normalerweise. Jedenfalls steht das auch hier so in der Anleitung, wenn ihr so schaut, ne, MacOS, Mackey-HUI, hm, okay, kann man ja auch nur einfach mal so nehmen. Ich meine, ich weiß, was ich bei mir eingestellt habe, und im Regelfall, also ich bin ja PC-Nutzer, also insofern kann ich zu den Mac-Nutzern nichts sagen, aber bei mir ist es im Regelfall so, dass da die Mackey-Control genutzt wurde. Ich habe das bei dem Cakewalk damals schon so gemacht, aber ich habe dann so eine Mischung gemacht aus Mackey-Control und MIDI-CC, ja, also MIDI-CC ist ja quasi das, was hier unter Einstellbar steht, ja. So, das ist, glaube ich, keine so gute Idee gewesen, aber ich habe das machen müssen, weil mir das Cakewalk das unter Mackey nicht erlaubt hat, den Master-Fader zu benutzen. Das hat mir Cakewalk so nicht erlaubt, deshalb habe ich da MIDI-CC benutzt dafür. Das war aber quasi so eine minimale Abweichung vom Protokoll, wenn du so willst. So, und der Preset-Modus ist im Regelfall MIDI-CC. Und wir schauen uns das jetzt gleich mal an, was da im Grunde genommen hier rüberkommt. Also, ich halte es schon für sehr wichtig, das genau zu wissen, was mit was zu steuern ist. Also, wie gesagt, die normalen Schieberegler, Drehknöpfe und Transportkontrollen, das ist im DAW-Modus und auch diese Knöpfe hier. Diese Sachen hier, also, wie gesagt, ich arbeite damit so gut wie gar nicht. Und wie gesagt, das mit den Pads ist auch ein Spezialfall, kommen wir hinzu. Und nochmal, Preset-Modus, du hast halt hier nochmal Schieberegler und Drehknöpfe, die du abweichend definieren kannst für Synthesizer und andere VSTs. Und dann hast du eben hier die Tastatur, da kannst du dann solche Splits, zum Beispiel Tastatursplits einrichten. Dann die Pads nochmal eben gesondert. Ja, und das sind die eigentlichen Pads. Wirst du gleich sehen, warum. Und dann gibt es eben das Sustain-Paddle, wenn du da das definieren musst, also ich muss das bei Cubase definieren, um damit dann spezielle Funktionen durchführen zu können. Ich verwende das Sustain-Paddle normalerweise nicht für das, wofür es gedacht ist, nämlich als Hall- oder Haltenpedal für Klavier und andere Instrumente, sondern ich möchte dann zum Beispiel den Leslie ein- und ausschalten von der Orgel oder so etwas. Und das Pitch und Modulationsrad, also diese beiden Räder, die kannst du hier auch einrichten, würde ich aber die Finger davon lassen. Die sind meistens schon ordentlich zugeteilt. Also von der Software, da tust du dir keinen Gefallen, wenn du da wilde Geschichten einrichtest für. So, dann schauen wir uns mal das an, wo eigentlich die Magie passiert. Und das ist im Grunde genommen dein Preset-Editor hier. Wenn du hier nämlich auf Presets gehst, hast du hier zum Beispiel diese Tastatur. Und hier im DAW-Bereich sieht es jetzt ein bisschen leer aus. Ich mache mal Folgendes. Ich schalte mal mein Cubase-Profil ein. So, das Cubase-Profil ist jetzt geladen und jetzt kannst du sagen, okay, hol dir doch bitte mal das Preset, also Retrieve Preset. So, und wenn du jetzt hier schaust, dann siehst du, hier steht Cubase. Du kannst leider das Ding nicht vergrößern oder so. Ich meine, du kannst das Fenster größer ziehen, aber die Kontrollen bleiben alle immer gleich groß. Also siehst du hier auch, ist nichts dazu da, dass du das irgendwie anders machen kannst. So, also, das Ding hat einen Namen und der wird auch tatsächlich angezeigt. Du solltest das eigentlich wissen, wie du dein DAW einstellst auf deinem Oxygen Pro. Also das werde ich jetzt nicht nochmal erzählen. So, und was wir hier sehen, ist insofern interessant. Diese ganzen Funktionen hier, siehst du überall dieses M. Und M, das steht hier halt für Mackey. Also das heißt, das ist hier alles, wenn du das bei deiner DAW einstellst, dann musst du darauf Wert legen, dass dann da Mackey steht. Aber das hängt natürlich von dem entsprechenden Profil ab. Also bei Cubase ist das Mackey. Und du siehst, es gibt hier aber viel, viel mehr Möglichkeiten. Also du könntest, wenn du willst, das ganze Ding hier, diese ganzen Knöpfe und was weiß ich was alles, hier umschalten und daraus dann von mir aus MIDI CC zu machen. Wenn du weißt, was du tust. Ich wüsste es nicht, was ich tue, deshalb übernehme ich das am liebsten gerne. Und das funktioniert dann auch. So, und jetzt kommen wir mal zu den Pads. Die sind nämlich hier, das sind diese farbigen Dinger hier. Übrigens, die Farben könnte man auch definieren. Aber du siehst, hier ist eingestellt, genauso wie im Preset. Also damit ist der Preset-Modus gemeint. Mit anderen Worten, du kannst hier eigentlich was Eigenes einstellen, aber aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich aus Bequemlichkeit, hat man darauf verzichtet und hat gesagt, nee, mach doch so, wie das dann im Preset drin steht. Das heißt mit anderen Worten, die Pads, wenn du eine Steuerung via Pads machen möchtest, was ich zum Beispiel teilweise gemacht habe für ein Plugin von, also für Analog Lab, da habe ich bestimmte Einstellungen für bestimmte Sounds dort drin. Und das steuere ich tatsächlich über die Pads, weil ich mit den Pads wenig anfange normalerweise. Also in Ableton Live nutze ich die Pads zum Auslösen von Clips und so weiter, aber ich bin jetzt nicht der große Pad-Schlagzeuger. Aber die Pads sind natürlich hervorragend geeignet, um damit bestimmte Funktionen, die für dich wichtig sind in deiner DAW oder in bestimmten VSTs, um die dann auszulösen. Und das kannst du sehr einfach über MIDI Learn machen. So, und dann ist es vielleicht sogar ganz toll, wenn man das trennt zwischen diesem hier, also dem DAW und dem Preset. Und da siehst du, Preset, zack, da haben wir es wieder. Und hier sind dann also quasi in diesem Fall Noten hinterlegt. Und darüber muss man sich im Klaren sagen, wenn du hier Noten hinterlegst, dann spielt dir natürlich auch Noten aus deiner, ne, hier von der Tastatur. Und das kann eventuell nicht das sein, was du haben möchtest. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und du siehst, du hast hier im Preset-Bereich diese ganzen Schieberegler nochmal. Ja, die sind, hier sind sie nicht User-Preset, sondern das sind eigene. Und hier kannst du sie dann selbst also quasi auch nochmal ansprechen. Hängt natürlich davon ab, welches Profil du hast. Ich habe ein eigenes Cubase-Profil. Frag mich jetzt nicht, warum unbedingt, aber habe ich jedenfalls gemacht. So, und zu den DAW-Presets, also den voreingestellten DAWs, also den Profilen da drin und den Presets hier, gibt es nochmal was in der Anleitung, was nicht ganz unwichtig ist. Und zwar, wenn wir hier in die Anleitung schauen, dann siehst du, dass es hier diese Preset-Liste gibt und hier die DAW-Liste. Und bei den Presets hast du acht Plätze frei, die du frei belegen kannst. Ich weiß nicht, ob man diese hier überschreiben kann. Das sind so die alten Air Music Plugins. Kannst du mal probieren. Ich habe es bisher nicht gemacht. Ich habe einfach hier, weil ich noch welche frei hatte, die hier überschrieben. Und da kannst du unterschiedliche Presets, also Profile quasi, einstellen und hinterlegen. Dann schauen wir hier bei den DAWs und da gibt es etwas sehr Seltsames. Da gibt es nämlich hier diese verschiedenen DAWs, von Pro Tools bis FL Studio. Und dann gibt es hier zwölf User-DAW. Und da habe ich früher gedacht, naja gut, das ist eigentlich ganz nett, dass die einem das ermöglichen, hier noch ein weiteres DAW hinzuzufügen. Nicht wahr? Also ich hätte eigentlich gerne noch mehr gehabt, aber eins ist schon mal ganz gut. Und da habe ich dann mir ein Profil für Cakewalk angelegt. So, und dann wollte ich als nächstes was ändern an diesen Einstellungen für MPC, weil die sind echt schlecht. Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich das abspeichern wollte und dachte so, naja, dann speichert er das sicherlich dort ab, wo er es hergeholt hat. Pustekuchen. Was immer du dort an Veränderungen vornimmst, das, also selbst wenn du das hier vorher aufgerufen hast oder wenn du vorher Cubase aufgerufen hast, wird immer nur hier auf Platz 12 User-DAW abgespeichert. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier was an Cubase ändere und das dann abspeichere, dann wird es nicht bei Cubase abgespeichert, sondern hier auf Platz 12 und ich habe ein zweites Cubase-Profil, was ein bisschen verwirrend sein kann, wie du dir vorstellen kannst, weil der sagt jetzt nicht, das ist jetzt Platz 12 oder so, sondern der sagt halt den Namen nochmal. Und wenn du da durchscrollst, denkst du so, wieso ist jetzt Cubase plötzlich hinter FL Studio und dann scrollst du wieder zurück und denkst, nee, es ist immer noch auf Platz 6 zwischen Reason und Logic. Einfach, weil du zwei Stück davon hast. Und das ist dann schon, sagen wir mal, so eine Sache. Und dann denkst du, ja, aber also nochmal zurück. Wenn du also hier irgendetwas ändern willst, du kannst nur ein einziges ändern und abspeichern. Es gibt, sagen wir mal, einen Weg drumherum, einen kleinen Umweg, den du machen kannst. Du kannst nämlich etwas, was du in dem Preset-Teil drin hast, also in diesem Preset-Editor, so nennt sich das Teil ja hier, das kannst du auch abspeichern auf, ne, hier auf deiner Festplatte. Und wunderbar, dann hast du das und kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe ja mehrere DAWs und ich möchte da auch unterschiedliche Einstellungen für haben, dann kannst du also, bevor du mit deiner DAW anfängst zu arbeiten, erst einmal das Laden und kannst es dann aufpassen. Ja, abspeichern auf Platz 12. Das ist echt bescheuert, oder? Ja, und dann dort, von dort aus starten in deinem Keyboard. Ja, also das ist, ich weiß nicht, wie man auf so eine wirklich komische Idee kommen kann. Du siehst hier diesen Bereich Hotkeys. Und diese Hotkeys, das ist eben das Spannende hier. Da siehst du, dass 1 bis 4 kannst du frei belegen. Ja, 5 bis 8 kannst du frei belegen. Und 9 bis 12 nicht. Aber 13 bis 16 würde ich aber nicht frei belegen, weil die schon belegt sind. Und zwar hier siehst du einmal mit Abspeichern, hier Quantisieren, dann hier F3. Das ist also bezogen auf den Cubase. Und hier Steuerung Z ist halt rückgängig. Also und das wird tatsächlich an deinen DAW weitergegeben. Also zusammen, wenn du das mit der Shift-Taste bedienst. Und wie gesagt, also du kannst das hier für die verschiedenen Pads hier selber definieren, wie du siehst. Ja, das ist also schon eine ziemlich gute Sache. Wenn du ASCII nimmst, das ist ja quasi das hier. Also wenn du einen Shortcut definieren willst, dann musst du hier ASCII nehmen. Und dann hast du dann mehr Möglichkeiten, wie du hier siehst. Oder du hast eben MIDI-CC, was du hier einstellen kannst zum Steuern. Also insgesamt, das ist schon eine gute Sache. Und wie gesagt, also wenn die Pads als User definiert sind, also same as Preset, dann hast du eben quasi eigentlich die Pads von dem Preset. Wenn du das aber anders haben willst, dann musst du hier was anderes reinschreiben. Kannst du auch machen. Und dann musst du natürlich irgendwo das Ganze abspeichern. Du kannst tendenziell etwas im Speicher haben, in deinem Keyboard. Aber der Punkt ist, um es in den Speicher zu bekommen, würdest du es normalerweise an deinem Keyboard ändern und nicht hier in diesem Preset-Editor. Weil der Preset-Editor kann die DAW-Geschichten nur direkt an die Speicherplätze schicken. Also nicht ins RAM. Das ist anders bei dem Preset-Teil. Das klingt ein bisschen komisch, weil das ja der Preset-Editor ist, aber das ist auch der DAW-Editor. Wenn du also hier ein Preset definierst, dann kannst du auch sagen, okay, wohin schicke ich das? Du kannst es ins RAM schicken, also in den Speicher und eben, wie gesagt, auch an die verschiedenen Speicherplätze. Und das ist natürlich keine schlechte Sache an der Stelle. Okay, aber ihr seht, es gibt hier zum Beispiel das Sustain-Pedal. Das kannst du hier sehen, aber ich würde da jetzt nicht großartig was einstellen. Wo ich eventuell an deiner Stelle was einstellen würde, ist das Thema, wenn du hier zur Tastatur gehst, hier kannst du tatsächlich verschiedene Split-Zonen definieren. Und das ist der wichtige Part, Aftertouch. So, das Aftertouch ist wirklich, sagen wir mal, relativ schwer zu steuern. Und oft möchte man gar nicht, dass das bis zu dem Maximumpunkt kommt. Dann kannst du hier also bereits einstellen, dass es nur bis, was weiß ich, 115 geht und nicht bis 127. Und dann hast du damit gar kein Problem. Wenn du natürlich den vollen Bereich haben willst, dann musst du einfach sehr, sehr intensiv trainieren, um das ein bisschen genauer abzupassen. Weil dieses Aftertouch kommt, nachdem du die Taste betätigt hast und dann tiefer drückst. So, und da ist ein scharfer Widerstand, den du quasi, gegen den du anarbeiten musst. Da ist eine relativ starke Feder hinter, offensichtlich. Und weil diese Feder so stark ist, erfordert es sehr, sehr viel Kraft und gleichzeitig Fingerspitzengefühl, dann einen ordentlichen Wert zu machen. Aftertouch ist im Grunde genommen genauso wie so ein Modulationsrad. Du hast also Werte zwischen 0 und 127, die du ansprechen kannst. Und es wird auch oft als Ersatz für ein Modulationsrad benutzt, wenn du jetzt quasi was steuern möchtest. Also nicht unbedingt immer, dass dann nur bestimmte tonale Geschichten hier ausgelöst werden. Also ich hatte zum Beispiel in einem Fall das so gemacht, dass dann eine Bremse für den Leslie darüber ausgelöst wurde. Ja, das war eigentlich auch ganz witzig. Und dann ist also quasi der Leslie schnell gelaufen. Und wenn ich ein bisschen härter gedrückt habe, dann hat die Orgel diesen Drehlautsprecher, dieses Leslie, ein bisschen runtergebremst. Und das fand ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Okay, also das jetzt zu dem Editor. Und wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Dafür müssen wir uns natürlich die einzelnen DAWs genauer anschauen. Bei Reaper ist es relativ einfach. Das ist auch in der Anleitung so drin. Da gehst du dann hier irgendwo hier auf Control und musst dann hier quasi so ein Mackey Interface angeben. Und du siehst, da hast du also MIDI-In, Oxygen Pro 61. Und das ist alles, was da ist. Da ist nicht mehr. Und den Output definierst du nicht, wie von M-Audio gesagt worden. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau. Und es ist übrigens Mackey Control Universal. Es gibt ja auch anderes wie zum Beispiel Mackey Control Extender. Aber das funktioniert nicht. Also Mackey Control Universal ist das Richtige. So, jetzt gehen wir hier aus dem Reaper raus und schauen das Ganze in Cubase an. Da seht ihr, dass ich hier tatsächlich ein Control Script geschaffen habe für das M-Audio Oxygen Pro. Und da kommen wir gleich später zu. Aber erst einmal, das Wichtigste ist, dass ich hier tatsächlich etwas mit dem Mackey Control gemacht habe. Also das Mackey Control, da seht ihr. Oh, da habe ich auch einen Fehler gemacht. So, ich habe im Vorfeld ein paar Dinge ausprobiert und habe dann das einfach mal eingestellt. Und hatte da jetzt keinen augenscheinlich Nachteil gefunden. Deshalb steht es da noch drin. Aber wie gesagt, wenn du der Anleitung von M-Audio folgst, steht da Not Connected. So, und das ist quasi alles, was dieses MIDI in 3 angeht. Und das sind dann halt quasi die Schieberegler und die Drehregler und die Transportkontrolle und natürlich diese ganzen Tasten für Solo, Mute und so weiter. So, das wird dann also quasi hier über das MIDI in 3 gesteuert. Und es funktioniert auch, sagen wir es mal so. So, das ist also schon mal gut. Und dann wollte ich aber natürlich noch ein paar mehr Funktionalitäten haben. Unter anderem wollte ich in der Lage sein, mit dem Sustenpedal tatsächlich etwas ausrichten zu können. Also im Sinne von, dass ich damit etwas anderes steuere als die reine Susten-Funktion. Und zwar, wenn man dann hier auf MIDI Remote geht, dann siehst du hier, habe ich hier einen Teil definiert. So, und ich habe da an einem anderen Tag ein Video dazu gemacht, wie ich das eingerichtet habe. Das blende ich jetzt hier gleich ein. Genau, jetzt ist hier das Oxygen Pro 61 verfügbar. Und auch der Ausgang ist verfügbar. So, und jetzt gehen wir hier rein. Und dann siehst du, sieht das wahrscheinlich ganz wild aus. Kann übrigens größer machen. Und das ist jetzt einfach nur so ein einzelnes Teil. Und jetzt schalte ich auf meinem MIDI Keyboard auf Preset-Modus um, weil ansonsten wird das nicht funktionieren. Und dann sage ich dem, ich will hier keinen Drehregler-Nob haben, sondern ich will hier ein Trigger-Pad haben. Denn darum geht es hier jetzt tatsächlich. So, und die sind natürlich jetzt zu groß. Das machen wir jetzt so klein wie möglich an dieser Stelle. So, und das kann ich jetzt auslösen. Ja, und dann siehst du, zack, zack, zack. Immer wenn ich eins weiter schalte, wird dann quasi ein weiteres angelegt. So, und jetzt will ich das natürlich nicht in der Reihe fortsetzen. Deshalb gehe ich hier runter. Drücke dann wieder drauf. Ja, und dann sind die alle schon. Hallo. Achso, ja, das sind die acht. Das ist ja jetzt kein Platz hier, sondern das ist nur ein Platzhalter. Ja, so, und jetzt haben wir als nächstes natürlich das Thema, dass wir gerne auch ein Keyboard haben. Ah, okay, das ist dann hier unten. Und so zum Beispiel, ja, dann können wir das ja, ja, das ist, das Midi-Learn ist da nicht verfügbar. So, gehen wir mal ein bisschen runter. Also, man kann aber, warte mal, man kann aber einfach auf das Plus gehen und dann sagen, okay, wir haben hier 61 Tasten. Und schwuppdiwupp hast du jetzt hier dann 61 Tasten, Keyboard, ja, und so weiter. Ja, also das heißt, du kannst zum Beispiel hier für das Aftertouch, nimmst du eine Modulation. Ja, gehen wir hier her. Ja, das natürlich nicht, sondern hier Modulation, das ist jetzt zu groß. So, und dann drückst du halt, siehst du einmal zu viel. Den müssen wir nur ein, brauchen wir da. So, und dann siehst du, das wird hier als Note erst mal gesehen, aber du kannst es eben als Aftertouch, ja. Und hier eben entsprechend der Kanal wurde übernommen und so fort. Ja, also geht super einfach. Und so kannst du dir nach und nach dein Interface zusammenbauen. Wie gesagt, was bei mir jetzt natürlich noch so eine Sache war, war eben dieses Susten-Pedal. Und das ist auch lustig, hier sind diese Lampen, aber damit kannst du halt nichts anfangen, weil die werden halt nicht übertragen als solches. So, und der Susten-Pedal ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Button, ja. So, insofern kannst du einfach sagen, okay, ich will als nächstes hier ein Button haben. Und das ist dann mein Susten-Pedal. Und schwuppdiwupp hast du dein Susten-Pedal da. So, und dann, no. Da kann man auch noch so ein Label da drunter, damit das dann auch ausgezeichnet wird. Und das war's. So, und wenn du das hier eingestellt hast, ja, dann kannst du diese verschiedenen Teile eben, also was du hier als Kontrollelemente definiert hast, das kannst du dann eben entsprechend ansteuern, ja. Und da habe ich also hier die Tastatur, die Pads und dann eben auch die After-Touch-Funktionalität und das Susten-Pedal. Und wie du siehst, ich habe jetzt nichts für die Geschichten hier mit dem Modulationsrad oder so, ja. Und den Pitchrad habe ich nicht angerührt, weil die sind eigentlich normalerweise immer gut eingestellt. Da musst du dir keine großen Gedanken drum machen. So, das ist also der Setup hier für Cubase. Und jetzt kommen wir dann zu dem Setup für Ableton Live. Und bei Ableton Live ist das so, da habe ich nichts machen müssen. Ich habe nichts einstellen müssen. Der hat automatisch alles für meinen Oxygen Pro hier eingestellt. Wobei, das ist hier ja Quatsch. Ja, der Port 4 ist ja wohl, ich weiß nicht, vielleicht braucht er den. Also er hat das alles automatisch eingestellt. Also Port 4, das ist übrigens nochmal, um zu der Anleitung zu gehen, ja. Weil Leute wollen ja immer wissen, was sind denn die anderen Ports. Ja, das ist ganz lustig. Der Port 4, das ist der Editor. Ja, siehst du hier mit MIDI-In 4 ist der Editor. Also das Teil, wo ich jetzt immer drauf verwiesen habe, mit dem du also quasi dieses Keyboard von außen editieren kannst. Ja, und das gilt sowohl für MIDI-In als auch MIDI-Out. Ansonsten kannst du mit dem Editor nicht arbeiten, logischerweise. So, und dann gibt es noch den MIDI-In 2. Und das ist der Hardware-Anschluss, den du hinten hast. Das ist so ein 5-Pin, so ein richtig alter 5-Pin-MIDI-Anschluss, so ein Runterstecker. Ja, also das, in meiner Jugend war das so der Hi-Fi-Anschluss, womit du also quasi zum Beispiel einen Verstärker oder sonst was, also zum Beispiel einen Plattenspieler, einen Verstärker angeschlossen hast und solche Sachen. So, und das gleiche Kabel wurde auch genutzt für MIDI. Und das wird hier quasi über MIDI-In 2 gesteuert. So, und das ist natürlich klar, dass du das nicht hier irgendwie für dein DAW benutzen musst. Ja, das ist völlig unwichtig an der Stelle. Also zumindest für die Kontrollfunktionalität von dem, also von den Schiebereglern und solchen Sachen. Ja, also insofern, das sind also, das ist des Rätsels Lösung, wozu jetzt der 2er-Port da ist. Ja, und der 4er-Port, wie gesagt, ist der Preset-Editor. Ja, so, also nochmal zurück zu Live, ja, Ableton Live. Das hat Ableton Live sich selbst eingestellt. Musste ich nichts machen. Ist auch das einzige Programm, das, egal was du eingestellt hast auf dem Keyboard, das sich selbst sozusagen umstellt auf dem Keyboard, dass also dort Ableton Live geladen ist. Also es kann sein, dass, sagen wir mal, da so ein kleiner Hiccup da ist, dass das Keyboard sowieso schon, dass es mal ein- und ausgeschaltet werden muss und solche Sachen. Dann macht es das nicht. Aber in, sagen wir mal, 99% der Fälle schaltet sich das automatisch um, zum Beispiel von Cubase auf Ableton Live oder von MPC auf Ableton Live oder von Reaper auf Ableton Live oder auch, egal, auch von Cubase oder sowas, ja, das, äh, Cakewalk, ja, das holt er sich einfach selber diese Einstellung, macht das und das Keyboard gehorcht, ja. Und so, insofern, da siehst du einfach, dass diese Integration von dem Ableton Live um einige Grade stärker ist als mit jedem anderen, jeder anderen DAW. Das ist der Vorteil, wenn du mit einem der führenden DAWs arbeitest, dann kriegst du das. Wobei, dann hätte ich das ehrlich gesagt auch für Cubase erwartet, aber für Cubase ist es eben nicht so. Aber Ableton Live, Leute, das ist so bombig gut integriert. Das war der Grund, weshalb ich mir überhaupt Ableton Live in der Standardversion gekauft habe und nicht einfach weiter in der Lite-Version gearbeitet habe, weil ich gesagt habe, ja, also, wenn das so gut integriert ist, dann macht das Arbeiten einfach wesentlich mehr Spaß. Und deshalb, wie gesagt, also ihr müsst da normalerweise, wenn ihr selber nichts geändert habt, ja, also, die Software ist echt gehorsam, muss man sagen. Also, wenn ihr an den Dingen was ändert, ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh, ja. Also, ändert nichts an den Einstellungen hier für euer Oxygen Pro, ja, weil es gibt so viele Leute, die aus welchen Gründen auch immer irgendwas verändert haben und plötzlich funktionieren die Dinge nicht mehr. Oh, die sind so unglücklich in den Kommentaren jetzt zu meinen Videos, ja. Und dann habe ich jetzt, es gibt so ein Short-Video von mir, findet ihr in den meisten Kommentaren zu meinen Ableton Live-Midi-Videos, ja. Ich habe so ein kleines Short-Video gemacht, wo ich einfach hier die Einstellungen abfotografiert habe und dann den Leuten nochmal zeige, dass die das dann quasi selbst editieren können. Ist natürlich ein bisschen unübersichtlich hier. Deshalb habe ich vorhin mit Reaper angefangen, weil Reaper ermöglicht hier die, ja, so eine Art Filter einzubauen, dass du also quasi nur die Oxygen Pro-Geschichten siehst. Weil ich habe halt relativ viele MIDI-Devices oder Ports oder wie auch immer mit verschiedenen Keyboards und virtuellen Kabeln, die hier auf meinem Rechner rumfliegen. So, also das heißt mit anderen Worten, das ist Ableton Live. Wenn ihr nochmal schauen wollt, wichtig ist das hier oben, also, ne, Bedienoberfläche, ne, und Eingang und Ausgang, ja, und das hier ist Port 3, Port 3, also wie auch natürlich bei Cubase und wie bei Reaper, ja, und dann haben wir hier halt quasi diese anderen Einstellungen. Da siehst du hier Oxygen Pro wird als Track und Remote gesehen und dann hast du hier nochmal dieses Teil hier, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, dass das Kanal, wenn das 4 ist, das 2, dann muss das 3 sein, ja, genau. Also auch getrackt. Und dann haben wir, also das ist der Eingang und der Ausgang, da haben wir ganz wenig. Und zwar, ja, da haben wir noch nicht mal das Oxygen Pro 61, kein Ausgang, nix, kein Sync, kein Remote. Die sind alle einfach nur frei. Okay, also das war's von dieser Seite. Das Thema MIDI ist ja, ehrlich gesagt, eine Sache, mit der man sich nicht ständig beschäftigt, sondern du hast jetzt ein Keyboard, hast es dir vielleicht neu gekauft, willst es einrichten mit deiner DAW und dann beschäftigst du dich vielleicht damit. Und dafür ist das Thema, ehrlich gesagt, viel zu komplex. Ja, es müsste so wie mit dem Ableton Live funktionieren, dass das Ableton Live genau weiß, ah, das ist dieses Keyboard, also hier sind die Einstellungen, ja. So, und das sollte eben auch dann bei Reaper, bei Cubase und so weiter funktionieren, dass man sich wirklich keine Sorgen machen muss. Aber so ist es halt leider nicht, ja. Und das Leben ist kein Wunschkonzert offensichtlich. Und das Spannende ist, ja, dass es offensichtlich gehen würde. Ja, und das ist dann der Punkt, wo ich sage, hm, ja. Ich kann es natürlich verstehen, dass die irgendwo sagen, naja, also wir können jetzt nicht für jedes exotische Keyboard irgendwas machen, aber ich glaube, dass das M-Audio Oxygen Pro schon sehr häufig verkauft worden ist, weil es ein einmalig gutes Bündel von Möglichkeiten ist, ja. Ja, ich meine, es gibt sicherlich jetzt vielleicht mittlerer Weile Dinge, also Angebote, die da heranreichen, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Aftertouch und die Qualität des Keyboards nimmst und so weiter, dann ist das schon sehr genial, ja. Es ist kein Flagship-MIDI-Controller, weshalb ich auch irgendwann mal wechseln möchte, auch weil der Mini-Display, der sich so langsam zugeschrieben hat im OLED-Bereich, dann auch nicht so schön ist. Aber als Keyboard selber ist das ein wirklich, wirklich schönes Teil. Und selbst als Orgelspieler, ja, ich meine, das sind ja halbgewichtete Tasten, selbst als Orgelspieler komme ich mit relativ wenigen Verletzungen davon, wenn ich dort versuche, Orgel zu spielen. Ja, also insofern, das ist im Verhältnis schon ganz gut. Und ja, ich hoffe, ihr schafft das mit euren MIDI-Einstellungen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, in den Kommentaren. Ich versuche, darauf einzugehen, aber ihr wisst, ich bin im Verhältnis inkompetent. Ja, ich habe ein bisschen Ahnung von den Dingen, aber nicht so viel, weil ich mich auch nicht so tiefgehend dafür interessiere. Es gibt Leute, die kennen alle MIDI-CC-Messages, die standardmäßig da hin und her geschickt werden, auswendig. Das ist nicht meine Welt, Leute. Ich will einfach nur mal ein bisschen Spaß an meinem Keyboard haben und dazu gehört nicht, dass ich jetzt weiß, welche MIDI-CC-Message jetzt das Sustain-Pedal hat. Okay, das ist die 64, weiß ich mittlerweile auch. Aber normalerweise weiß ich das nicht und habe auch überhaupt kein Problem damit, das zuzugeben. Okay, also viel Spaß mit meinen anderen Videos und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich bin da. Tschüss.